Entschuldigung, kannst du bitte ein bisschen auf die Seite gehen? Sorry, ich kann kein Englisch, aber bitte ein bisschen aus dem Weg hier, okay? Ja, danke. Hey, was ist mit dir los? Hey, Digga, ruhig, ruhig. Hey, Digga, chill mal. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr trainieren sollen für solche Situationen. Stopp. Bevor das Video beginnt, noch ein paar wichtige Informationen zu meinem Kanal. Wer? Was wäre? Wer gefragt hat? Naja, die, die das nicht interessiert, können jetzt einfach auf 1 Minute 40 weiter skippen. Und für die anderen, es geht um die Monetarisierung von meinem Kanal. Und bis jetzt gab es ja auf diesem Kanal keine Werbungen. Das ändert sich jetzt. Hol dir jetzt Shadow Legend unter Mative Kaka Matmaka. Ein Mobile-Spiel wie 100 Millionen andere auch. Und mit schlechter Grafik. Ich selber habe das Spiel nicht mal runtergeladen. Ich bin, wie die meisten von euch, wirklich überhaupt kein Fan von Werbungen. Und dafür habe ich ja Mitgliedschaften eingeführt. Und ich bin wirklich mega dankbar, dass so viele Leute Mitglieder geworden sind. Nur leider decken diese Einnahmen leider nicht mal meine Ausgaben. Deswegen habe ich mich jetzt leider entschieden, auf diesem Kanal auch Werbung zu schalten. Aber es gibt ja für euch immer noch Möglichkeiten, diese Werbung zu umgehen. Falls ihr ein detaillierteres Video zu meinen Einnahmen und Ausgaben sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten halt nicht. Die Werbung werde ich aber erst eine Woche nach der Veröffentlichung von diesem Video einschalten, damit die Mitglieder sich nochmal überlegen können, ob sie das jetzt immer noch... Definitiv. Definitiv. Ich kann es auch total verstehen, wenn die Leute dann keine Mitglieder mehr sein wollen. Aber immerhin verspreche ich euch, dass es pro Video nur eine Werbung gibt und dass man die auch überspringen kann. Ich hoffe, das ist so ein bisschen ein Kompromiss, mit dem man leben kann. Und ansonsten eben... Ja, viel Spaß mit dem Video. Hä? Ich bin nicht zwölf. Haha, daneben. Leute, ich bin natürlich gegen Gewalt, aber er hat mich zuerst angegriffen und ja, danach ist die Sache halt so ein bisschen eskaliert. Zack, hier. Hier, man sieht, ich werde mal wieder angegriffen. Oh, mach das mal nochmal, mach das nochmal. Zack. Ja, komm, steh mal auf, steh mal auf. Ich zeig dir kurz, wie man das macht. Re-Kick. Zack. Hast du gesehen? Bam, abgewehrt. Nee, nee, du musst gucken. Ach, Digga. Oh, wer seid ihr alle, Mann? Ich hab euch nichts getan. Ach, Digga. Das ist der Moment. Oh, Alter. Respekt, Respekt. Komm. Leute, das spielt keine Rolle, wenn man ein Lauch ist. Man muss nur die richtige Technik haben. Natürlich, Frauen schlägt man. Oh, sorry. Das hätte man bestimmt nicht normal klären können. Äh, hier bin ich. Jo, Leute, was geht? Das ist Lenny. Er hat übrigens auch dieses Spiel vorgeschlagen. Und er kann richtig gut Klavier spielen. Ey, Lenny, der mit den roten Haaren ganz hinten, der hat gesagt, dass du scheiße spielst. Wie, wer, der da? Mit der, mit der Brille? Mhm. Why are you bullying me? Oh, oh shit. Lenny, beruhig dich. Nein. Was ist mit dem los? Hä? Was geht auf mich los? Da steckt was in deinem... Oh, scheiße. Oh mein Gott. Oh. Äh. Ich zeig dir mal meinen Drehschlag. Schau mal. Zack. Wow. Mach du mal. Let's go. Drehschlag. Mit so ein paar Erdnüsse. Äh, Erdnüsse? Ich glaub, das sind Mandeln und... Äh, sowas. Äh. Wie lang liegen die schon hier, Mann? BAAA! In meiner Generation hat man das nicht gesagt. Äh, Entschuldigung, alter Herr. Ähm, Sie halten das Ding, glaub ich, verkehrt rum. Drehen Sie das mal um 180 Grad. Und Ihr Leben wird eine neue Qualität erreichen. Oh, jetzt kann ich wieder laufen. Lalalalalala. Und wieder mal hat ModMed einem alten Mann geholfen, sein Leben zu verbessern. BAAA! An dieser Stelle noch liebe Grüße an meine Cousins Selim und Yusuf. Okay, Beutelflip-Challenge. Let's go. Zack, nimm diese Ketchup-Platte. Auf. Erstmal... Äh, um der. Äh, man muss immer gucken, dass man da nicht, äh, dass nicht so viel Wasser drin ist. Und... Oh, f***. Wir haben nichts getan, wir haben nichts getan. Wir wollen nur Frieden. Ah ja, Frieden. Äh, du f***... Ich bin Hulk. Äh, aber hat Hulk eigentlich nicht ein bisschen so trainierte Arme so? Hey, 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 sonst bist du weg. Boah, Alter, okay, ich sag gar nichts mehr. Manchmal bin ich ein alter Sack und brauch einen Stock zu laufen. Und manchmal bin ich aggressiver. Oh, f***. Oh, ich hab voll gegen meinen Schrank gehauen. Oh, meine Hand. Oh nein, die Polizei, lauf. Oh, sch***. Naja, was soll's, äh, man sieht sich dann im Klass wieder, ne? Ciao, Lenny. Im Klass. Wollen wir eine Runde Dart spielen? Ich finde richtig gut, den Dart. Eins, zwei... Okay, jetzt bin ich. Oh. Komm schon, so schwer kann das noch nicht sein. Geh von hier. Die Mitte, die Mitte, komm schon. Äh, ja. Äh, warte mal, warte... Äh, willst du mich verarschen? Hä? Funktioniert die auch? Oh, ja, die funktioniert. Ach, du scheiße. Ey, wir können jetzt alle provozieren. Wenn einer irgendwas sagt, du holst einfach die Knarre raus, ne? Äh, dein T-Shirt sieht scheiße aus. Oh. Man kann sogar seinen Charakter hier customisen. Schau mal, jetzt hab ich ein Armband. Äh. Ah, nice. Wollen wir ein bisschen Baseball spielen? Mit den Billiard-Kugeln sieht doch fast aus wie ein Baseball. Ja, ja, ja. Okay, du wirfst und ich hau den, äh, da rüber, ne? Bist du bereit? Ja. Let's go, let's go. Oh. Oh, sch... Okay, jetzt werf ich und du versuchst zu werfen, äh, zu schießen. Oh, what the f... Und go. Oh, ich hab einen getroffen. Hey, bei mir. Hast du nicht mal den Ball getroffen, Mann? Okay, ich hab noch einen. Oh, sch... Okay, schnell. Wirf. Oh, jetzt werf ich mal. Hä? Verdammt, was ist das? Ey, du kannst Kopfnüsse geben, ne? Echt? Ich mach einen auf Sinet in den Zidane. Ohoho. Ja. Ja, komm her, komm her. Boah. Ich muss voll aufpassen, dass ich nicht in meine Wand reinkopfnüsse oder so. Jo, das war's auch schon mit dem Video. Aber keine Sorge, es kommen bald richtig nice Projekte auf euch zu. Unter anderem Staffel 3 von Rick & Mod mit. Und auch ein Video zusammen mit anderen VR-Youtubern. Vielen Dank noch an meine Mitglieder, Delibuya und Fateh. Und natürlich auch an die Bimos. Ihr könnt euch gerne nochmal überlegen, ob ihr weiterhin Mitglieder sein wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal.